Applaus Ja, ich denk schon Es ist noch nicht ganz fest Kommt noch mal an Es ist ja, wenn ich viel auf Ruhe sein Hauptsächlich für meine Familie Wo? Wir werden ab August viel im Ausland sein Weiß ich nicht, Österreich weiß ich nicht Das World Nature Festival lang wieder Und Deutschland Oktober 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 Angelo Jetzt das World Nature Festival lang wieder Keine Ahnung Ähm Ja Nachtfrau Sind deine Nachtfahnen schon drauf? Irgendwie da hinten Irgendwie da hinten Irgendwie da hinten Irgendwie da hinten Sich nicht traut, weil Ja Ja, Nordfamse Gibt's die schon schon länger auf dem Markt Oder sind jetzt relativ neu Und dann ist sie Eingekommen? Ähm Also, die gibt's gar nicht Ähm Also, beziehungsweise, da gibt's nichts zu geben Es ist nicht irgendwie eine Erfindung Das ist, ähm Das ist, ähm Das kann jeder machen Das ist, ähm Ich hab das zuerst mit Roto-Troms gemacht Also mit, ähm Du kennst ja diese Diese von Raymo Oder irgendwelche Ziemliche Firmen Ähm Und das sind im Prinzip Von RMV Ähm Die kleineren hier Sind im Prinzip Tamporums Das sind kleine Latin-Percussion-Instrumente Ähm Die ich einfach mit Mit einer Haltung festmachen lassen habe Und, ähm Ja Kleine Ähm Einfach Normale Fälle drauf Setzer Oder Achter Und dann Rinse Ist klar Und dann Als Haltungssystem Also für die Schrauben Und das sind so eine B schon Ähm Klar Mit Mit einer Mutter drin Aber das ist vorübergehend Also ich werde wahrscheinlich In zwei Monaten Ein Update haben Wo Wo das Mögliche, ähm Kleine Trommeln sein werden Ähm Aber Piano Drums Das wird keine Serie werden Das wird jetzt nicht irgendwie Ein Produkt werden Die man jetzt hier kaufen kann Oder so Das, ähm Kann man sich selber zusammenstellen lassen Oder zusammenkaufen Was man nicht Zusammenkriegen kann Ähm Momentan noch Sind die Bells Ähm Weil das ist halt Handgemacht Und die mussten sehr sehr viele machen Um wirklich zufällig Auf diese Töne zu kommen Ähm Es gibt's von Sebien Das ist jetzt eine andere Firma Ähm Aber Zu haben Und nicht irgendwie Oh ich brauche jetzt noch ein Ähm Und jetzt Tue ich den jetzt hier und da Und das was auch anders ist Und das was auch anders ist Weil ich bin mit rechts So was Ähm Ich könnte aber die Füße auch weglassen Und nur mal irgendwie Das ist auch Piano Drums hat viel mit auch mit Marimba Oder mit dem Telefon zu tun Ne Das ist auch eine Sache Wo ich jetzt ähm Mehr und mehr versuche mit zwei Stücken jeweils zu arbeiten Also ich hab noch kein Stück damit Aber ich zeig dir nur kurz Also es gibt die Haltung Also es gibt die Haltung Also es gibt die Haltung Die erlaubt Die Distanz Zu ändern Ich frag mich nicht welche welche heißt Also es sind verschiedene Zwei verschiedene Haltungen für Marimba und Telefon Ähm Die macht der Billy Copperfield Sie Die Zeigefinger dazwischen Und so Ist halt sehr Sehr robust Sehr stark Also er macht halt mehr Rhythmisch Aber die Melodie kann man auch Und so Das ist 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 Musik und so, sodass man die Position ändern kann, weil es sich immer verschiebt. Hier braucht man mehr Platz als hier. Das sind nur Kleinigkeiten, woran ich arbeiten muss, um das meiste rauszuholen. Es geht nicht darum, diese Techniken zu lernen, sondern es geht darum, die als Werkzeuge zu benutzen, um die Kompensation umzusetzen. Das ist für mich auch das Interessante, aber ich ziehe mich dazu, mich technisch mehr zu erweitern, also zu lernen und nicht so faul zu sein. Also lieber ein Telefon-Marinballspieler fragen, worauf ich auch ein bisschen was lernen muss, ist auch von Orgolisten. Die haben ja mit den Füßen, die finden ja komplette Orcaven und müssen da wirklich parallel Sachen laufen lassen. Das heißt, nicht nur von Schlagzeugern, sondern auch Telefon, Marimba, Orgolisten, Klavierspiele sowieso. Ja. Das kommt sehr gut. Ja. Ansonsten, was ich auch von Bildi gelernt habe, sprich Technik, ist eine Fingertechnik, die heißt einfach French Grip. Also es gibt German Grip, deutsche Haltung und French Grip, französische Haltung. Und das sind beides Fingertechniken, die nichts mit dem Armgelenk zu tun haben oder mit dem Arm an sich. Das sind, sobald der Arm oder irgendwas reinkommt, ist das vielleicht die Modeabteilung. Für manche von euch klingt das hier alles spanisch, aber ich erzähle es sowieso. Ja, im Prinzip, diese Threadstrip erlaubt mir einfach ohne Schmerzen einfach viel, viel mehr Kontrolle. Einfach Single Strokes zum Beispiel, einfach einzelne Schläge auch relativ schnell zu bekommen, wenn ich mal zum Beispiel sowas in der Art jetzt. Okay. Ja, und das ist halt mit der Fingertechnik ziemlich cool, weil, ja. der Körper sich nicht anstrengt, wenn man nur die Finger machen das und wenn man die mehr und mehr ausbaut und langsam, bei mir kommt es langsam, dass es auch kräftiger wird, dass es nicht so, ja, so lahm klingt. Ähm, das ist ziemlich cool, weil du kannst wirklich mit Single Strokes, mit einzelnen Schlägen kannst du halt auf einer Floor Tom auch so schnell spielen. Ähm, und mit Doppel Strokes oder mit Rebound, ähm, kann man das nicht. Also, ich zeige aber einen Mischi kurz. Der Rebound, oder Doppel Strokes. Sag mal, geht's, wow, 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 also es ist nicht sehr definiert. Und es ist Single. Und es ist, wie ich, wenn du das nicht so, ja, 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 so, ja. Und das ist, ja, so, 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 ja. Ja, das ist Single Strokes mit den Fingern und diesen French kick. Das, für mich ist das eine sehr, sehr, sehr hilfreiche Sache, die ich aber auch, äh, live für normalen Spielen auch so spiele. Also, ich spiele die Halt nicht mit den Armen oder mit den Wrists, also mit den Handgeleck, sondern mit den Fingern und auch die Taums und auch die Crashbetten. Klar, das ist mal eine Armbewegung, wie mal so passiert, aber hauptsächlich ist es, ich bringe die Hand da und die Finger machen den Arsch. Also, auch selbst die Ripshots. Alles Finger, also sollte zumindest sein, weil es ist einfach, die Finger sind viel mehr fähig, viel zu machen und schnell zu sein, wo die ganze Armgelenke, die ganze Arm, das ist einfach ein zu großer Körperteil, dass diese ganze Sache machen muss. Es gibt die Molde-Technik, die sicherlich auch Vorteile hat, aber ich glaube, man sollte alle drei sich anschauen, also German Grip wäre diese Haltung, ist aber Finger. French Grip ist eine offene Haltung, finde ich für mich besser, weil ich habe mehr Auslaufmöglichkeit und kräftiger, finde ich. Aber beides sind gut und haben Vorteile und Nachteile. Und dann gibt es halt die MOLA-Variante, die ich nicht wirklich beherrsche, aber kenne. Ich finde, man sollte alle drei auschecken, man sollte versuchen, die irgendwie zu lernen und dann sich für eine entscheiden, die man meistern möchte. Aber es muss alle drei benutzen. Warum auch nicht manchmal die eine Hand, z.B. links, French Grip auf Heiz und rechts MOLA. Warum nicht? Wenn man richtig, richtig knallen möchte, geht das näher. Ja, schiebst also so, für ganz harte Nummer mache ich das. Also für irgendwie Nirvana-Zeug oder Papa Roach, so was weiß ich, dann mache ich dann NOLA. So was lehrt, z.B. Aber dann ist es halt irgendwie doch bewusst, dass man das machen möchte. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres für mich, etwas zu machen, ohne zu wissen, warum ich das mache. Also man hört irgendwie eine Aufnahme oder man guckt auf irgendein Video-Materiell und sieht dann irgendwas, was man macht, irgendeine Körperhaltung oder irgendwie, ja. Und man merkt dann, ach du Scheiße, was ist das denn? Ich glaube, man ist ein bester Lehrer, wenn man wirklich kritisch sich selber anschaut, sei es den Spiegel oder Aufnahmen, man muss wirklich darauf achten. Dass Sie sich mal einsetzen. Wenn ich jetzt Unterricht gebe, kläre ich so ganz, ganz, basic Sachen. Die Kleinen, die Trommel, die Bekloppte. Zum Beispiel, also ich muss kein irgendwie Genie sein, um zu wissen, dass das gerade Sitzen irgendwie ganz klar wichtig ist und richtig, dass man, ja, dass man nicht verkrampft spielt, dass man locker ist, dass man, also es sind so gewisse Sachen, die einfach logisch sind. Das wird dir wieder Arzt sagen, jeder, jeder intelligenter Mensch. Wenn man so sitzt, irgendwie. Und, und, und ich habe so gesessen früher. Und sicherlich ein paar von euch immer noch. Also, ist so. Und, äh, weil man denkt, oder weil man gar nicht denkt. Das ist, ja, wirklich, weil man einfach nicht darüber nachdenkt. Man möchte einfach spielen, ist ja auch super. Aber, ähm, wenn man sich irgendwann wundert, warum komme ich nicht weiter? Und das hat jeder mal. Ähm, öfters. Und immer. Ich auch nicht. Ähm, dann, äh, dann sind das oft solche Sachen. Man, man, man kommt, man kommt in eine Satgasse, ähm, und merkt dann, scheiße, ich muss jetzt erstmal zurück und muss erstmal ein paar Sachen, äh, neu, irgendwie Fundament bauen. Ich muss gerade sitzen, ähm, ich sollte schauen, dass, dass, ähm, dass ich entspannt bin, ähm, dass ich nicht irgendwie, äh, ja, die Stücke so verkrampft halte. Also, ich hab das ein paar Jahre lang gemacht, äh, und wir haben zu der Zeit, da war ich so, als ich richtig Schmerzen gehabt, weil wir haben fast jeden Abend gespielt, bestimmt 250, 300 Konzerte im Jahr gehabt, äh, Zeit. und, äh, ich hab überhaupt keine Technik gehabt, ich hab nur so fest wie möglich gehauen und, 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 und dann mitgehalten und hab dann irgendwie Tennisarm, Golferarm auf beiden Arme gehabt, ähm, und Rückenschmerze ohne Enden und, äh, bis ich dann Will Koffen als Lehrer bekommen habe. Und das war wirklich nötig. Ich meine, wir haben selbst ein Masseur mitgehabt zu der Zeit und selbst er konnte es nicht, äh, diese Schmerzen irgendwann, äh, verhindern. Ich konnte einfach abends nicht mehr schlafen, weil es einfach zu viel gespielt, falsch. Und, ähm, also, wirklich, es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Ähm, ich glaub, die, die es schon gemacht haben, wissen, was ich sage. Ähm, und insofern, ja, ich würd einfach gucken, dass gerade sitzen, ähm, ähm, ich hab das auch durch, durch, äh, Reitsport-Sieg gemacht habe, das war ganz klar. Und gerade sitzen, ähm, gerade sitzen ist auch, es gibt einfach viel mehr, viel mehr, äh, Kraft und viel mehr Power im Spiel. Und, ähm, Kleinigkeiten, zum Beispiel, das Schlagzeug irgendwie, ähm, sollte gut in, in Reichweite sein, dass man irgendwie nicht jetzt, gut, das ist ein großes Schlagzeug. Das heißt, wenn ich da ankommen muss, dann muss ich halt meinen Arm strecken, ne? Und, äh, aber, ähm, aber ansonsten, wenn man ein normales Set spielt, dann alles in Reichweite und nicht irgendwie so aufbauen, dass es cool aussieht, dass es irgendwie, die Becken ganz weit oben und ganz tief sitzen und irgendwie, ähm, ähm, also, es ist nicht so empfehlenswert. Man sollte gucken, dass man das wirklich logisch anschaut, was ist direkt, wo muss ich, also, wenn ich, also, wenn ich einmal das Set live unterwegs habe, dann könnte man hinter mir gehen, die, die, äh, Hände auf meinen, meinen, meinen Rücken tun, auf meine, meine Schulter, und man würde merken, dass nur das sich bewegt, also nur die, die Arme und dann die Finger das, die Arbeit machen. Und, und, und nicht, nicht das, weil, ähm, das ist erstmal gesundheitlich überhaupt nicht gut, und zweitens, äh, hast du irgendwann, äh, Schmerzen, Krämpfe, Energieverlust und so weiter, so fort. Ähm, ja, so dass man auch tief, äh, ruhig ein- und ausatmen kann, ähm, das sind so die ganzen Sachen. Und, ähm, da gibt es genug Lehrmarsch, ähm, materiell, aber ich glaube, das Wichtigste ist, sich selber zu, äh, zu kritisieren und aufeinander, auf einen selber zu achten, sich zu aufnehmen mit, mit Video oder, oder halt Spiegel oder irgendwie sowas. Ich glaube, wenn man das viel macht, dann wird man selber alles rauskriegen. Also, Billy hat mir zwar geholfen, aber es war mehr meine Neugier, mein, ähm, die, die mich dann weitergebracht hat, und, äh, und dann natürlich den Glück, ihm als Lehrer zu haben, ist klar. Ähm, ja, das ist ein, das sind aber nur so ein paar Sachen. Also, French Grip, German Grip, das sind solche Sachen, die, äh, die auch sehr helfen, keine Schmerzen zu haben. Ja, ich rede, ich rede. Ähm, irgendwelche Fragen dazu, oder irgendwas, das habe ich mir nicht verstanden. Ja, ob du mir nachher mal schauen kannst, ob er da die Köpfe haltung richtig macht, Ja, können wir später machen, ja. Ähm, ich habe einen Problem, wenn du mir nicht verstanden hast. Darf ich was noch? Ich habe Billy als Lehrer mit 14 bekommen, und, äh, bis dahin habe ich mehr oder weniger selber Unterricht, also selber mir beigebracht, und, ähm, habe aber kurz auch einen Lehrer gehabt, der ist Jürgen Zöller, äh, Schlagzeuger vom Papst, ähm, aber habe dann den Billy gekriegt, und als Lehrer, bin, also er hat mir heute gerade das geschickt, und wir sind halt jetzt immer noch, immer wieder in Kontakt und unterwegs zusammen spielen, DVD und so weiter, das ist wirklich sehr, sehr schön. Also, er ist zwar nicht mehr mein Lehrer, jetzt regelmäßig oder so, aber, also als Mentor, Lehrer, Lehrer sehe ich ihm nachher vor, also, auf jeden Fall. Okay, ähm, ja, also, ich werde noch ein bisschen spielen, aber dann, ähm, wenn noch irgendwelche Fragen sind, frag bitte. Ähm, sind es da alles gleiche Trommeln, oder sind es auch unterschiedliche? Das sind unterschiedliche Trommeln. Also, sie ist eine andere Trommel wie die da. Ja, das sind, äh, ja, das sind verschiedene Größen, das sind, äh, die sind auch verschieden bestimmt, weißt du, der eine ist tiefer als der andere, und, ähm, ja. Ja, also, die, die, die Lieder, die ich spiele, oder, oder Stücke, oder Segmenten, das sind, das sind, ähm, keine Kompensationen, die, die existieren, das sind einfach Sachen, die ich jetzt irgendwie, äh, versucht habe zu erarbeiten, ähm, ich werde mehr und mehr schreiben, und, äh, das Set ist einfach nur chromatisch aufgebaut, so, dass, im Prinzip, ich kann darauf komponieren, es ist alles da, was, was möglich ist, ich muss halt nur die Ideen haben, das alles. Ähm, aber ich ändere keinen Aufbau für verschiedene Stücke, ich versuche nicht irgendwie, ah, für den Stück brauche ich da ein C, oder ein Ds, oder auch immer, und dann ähnliche, also, das, das will ich nicht machen, ich möchte, dass man eine Struktur habe, und dann darauf, ähm, komponieren, schreibe. Okay, also, wenn keine mehr Fragen sind, ähm, werde ich noch, ähm, ein Stück spielen, und, ähm, und danach, nach, was? Dann reitest du eigentlich schon. Wie? Ferne reiten? Na, wie glücklich braun. Ähm, ich hatte früher, frühe Reitssport, äh, nicht mehr, also, das, keine, keine Zeit. Äh, Englisch. Ich, ich hatte ein Irlandgebot zu der Zeit, und, äh, hab dann auch Internäere und solche Sachen gemacht, aber, irgendwann, ähm, haben sie einfach keine Zeit mehr gehabt, und, äh, in Deutschland waren es immer zu viele, äh, Leute, die mich erkannt haben, und, äh, und, ja, das habe ich auch gelaufen, weil, äh, so, ab und zu irgendwie, äh, ist, ist mir zu blöd, weil, wenn man ein gewisses Niveau erreicht hat, dann, ist, entweder man kommt dahin zurück, und bringt auch, äh, macht wirklich viel, viel, im Prinzip, äh, äh, diesen Sport, oder man lässt es ganz für mich, also, weil sonst, ich, irgendwann hab ich wieder Zeit dafür, und dann mach ich das wieder. Ne, also, äh, Barbie, halt, ist ab und zu nett, und so, aber, ne, also, Joey ist ja, der ist ein Sportler, aber, er hat's ja, der hat, beim Rad hat er ja, fällig abgelöst. Ja, ja, Joey so, ach, das macht, das ist kein Problem, mach ich, ich trainiere, und dann mach ich das schon, dann hat er gesagt, Joey, Fälle reiten, du springst, das ist, das ist nicht so leicht, und dann hat er richtig, okay. Ja, ich spiel noch irgendwas, und wir müssen isolieren, und, äh, danach, ähm, werd ich ein paar Programme geben, ein paar Fotos, wie auch immer, ähm, und, wenn jemand auch noch eine Frage hat, kann gerne kommen, ähm, ja, ich bin noch eine Weile hier, aber auch noch so weit und sofort, also, genau, gut, vielen Dank, ich spiel noch ein bisschen jetzt, und, äh, ja, weil wir sind das so unviel, ähm. bla bla